So, weiter geht's mit Fußball nach einer wirklich tollen Darbietung. Freuen wir uns jetzt aber, dass das runde Leder wieder rollt. Wir gehen in die letzten acht Spiele des Tages. Schalke 04 gegen die Mühlenkreiserswal. Moritz, dein Gefühl? Ich denke, dass die Mühles hier definitiv die Stimmung aus dem zweiten Spiel mitnehmen wollen, nachdem sie ja die Leipziger doch relativ überraschend mit 3 zu 1 besiegen konnten. Aber auch die Schalker nach dem schwachen Start ja stark verbessert gegen Frankfurt. Also ich gehe hier mal nicht davon aus, dass wir ein langweiliges Spiel sehen werden. Nee, definitiv nicht. Mit unseren Lokalmatadoren wird das immer was Besonderes hier. Also die Schalker mit dem schwachen Start 0-4 gegen Hertha, dann rehabilitiert 3-1 gegen Frankfurt. Unsere Mühles fast identisch. 0-3 gegen Bayern, wobei da auch nicht alles schlecht war. Jetzt aber die frühe Führung für Schalke 04 durch Erik Landfahr. Also die Mühles eben 0-3 gegen Bayern. Hier sehen wir das Tor nochmal. Ja, macht er gut. War ein bisschen einfach und dann der 3-1 Sieg gegen Leipzig, um das schnell zu Ende zu führen. Also Rückstand. Moritz, die Stimmung mitnehmen hat nicht ganz geklappt. Ganz im Gegenteil. Kleiner Fehlstart, oder? Ja, das hatten sie sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Hier direkt nach etwas mehr als einer Minute im Rückstand zu liegen. Es geht auf jeden Fall besser. Aber sie haben ja auch im letzten Spiel gezeigt, was nach Rückstand noch möglich ist. Gegen die Leipziger ja auch mit 0-1 im Hintertreffen gewesen. Genau, wichtig ist jetzt schnell wieder, in eine defensive Struktur zu kommen, in vernünftige Abläufe zu kommen, um dann, ja, es klingt so klassisch, aber es ist ja wirklich so, aus einer wirklich guten Defensivarbeit, dann für die Umschaltmomente und dann auch für die offensiven Nadelstiche zu setzen. So, guter Ball hier, mit der Abstoßmöglichkeit geblockt. Ja, offene Sohle, deswegen Freistoß. Faul an Kanata, Senduru. Und der Blockwechsel. Gute Freistoßmöglichkeit. Jetzt für die Mühli ist da. Knapp an der Strafraumkante. Sieht mir auch nach einem Abschluss aus. Schiedsrichter Christian Obring zeigt jetzt an, er ist auf meinen Pfiff. Abschluss, aber geblockt. Niklas Hille bringt den Ball nochmal in Richtung der Offensive, prallt allerdings gegen den Vorhang und deshalb gibt es den Freistoß für den FC Schalke 04 von der Bande da. Auffälligste Mühli-Spieler bisher auf jeden Fall. Ihr kennt sie, oder? Das würde ich auch sagen. Im Zusammenspiel, Kanata, Senduru würde ich da auch noch mit nennen, der ja auch getroffen hat gegen die Leipziger. Hat der aktuelle Block auf der Platte jetzt eh Gutknecht und Co. stärkere gefühlt, oder? Momentan? Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall der Torgefährlichste, das können wir jetzt noch nicht halten. Wobei es natürlich auch immer, sobald hier irgendwas passiert, sobald ein Tor fällt, dann ist es glaube ich egal, bei welchem Block. Dann steigt nochmal das Adrenalin und dann kann vieles möglich werden. Stehen gut, jetzt arbeiten gut. Schalker Kiefer weiß dann nicht ganz wohin mit dem Ball, immer wieder im Zusammenspiel mit seinem Verteidiger. Chance zum Umschalten da mal für die Mühli ist allerdings nicht gut ausgespielt, beziehungsweise gut verteidigt von den Schalkern da. Ah, der war Quatsch, der Ball. Glaubst du noch Optionen eigentlich? Weiter geht's. Leon, Kortum, in diesem Spiel wieder zwischen den Pfosten bei den Mühli's. Wechseln sich hier also ab am heutigen Tag. Schalker, abgeblockt erstmal, zweite Möglichkeit. Aber das machen die Mühli's jetzt gut. Sind dran. Verhindern da die freien Abschlüsse. Zugriff ist wieder da, ne? Schalke kann nicht frei spielen, kann nicht frei abschließen, ist immer wieder ein Störfaktor da. So, Schalke wechselt. Stark, das ist dann kaum zu verteidigen, wenn da Emanuel Jamfi mal richtig Tempo aufnimmt. Aber nix passiert. Jampi wieder. Schalke auch mit drei Offensiven vorne, Keeper. Und letzter Spieler bauen das Ganze auf. Starker Ballgewinn von Hille, der mir auch gut gefällt. Moritz, im Vergleich zum Bayern-Spiel, ganz andere Körpersprache, oder? Ganz andere Zweikampfquote. Haben wirklich den Respekt abgelegt, oder? Das merkt man natürlich auch. Das Selbstbewusstsein ist viel, viel größer jetzt, nachdem sie gemerkt haben. Ja, wir kriegen es hin, wir können jetzt zu Teuerfolgen kommen. Merkt man natürlich allen sofort an. Da ist die Stimmung im Team viel besser, die Köpfe gehen hoch. Auch trotz Rückstand hier sind sie voll da. Wo man ja gegen Bayern noch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da die Köpfe schon ein bisschen runter gingen. Ganz anderes Bild in diesem Spiel hier. Der Block jetzt aber auch gefühlt schon sehr lange drauf, ne? Gab noch nicht so richtig die Wechselmöglichkeit. Kräfte lassen jetzt so ein bisschen nach. Ja, und dann fällt das Tor. Das hat sie sich so ein bisschen angedeutet, die letzten 1-2 Minuten. Aber es gab schlichtweg auch keine Möglichkeit, groß jetzt zu tauschen. Emanuel, wir haben viel. Sehen wir jetzt hier nochmal. Weiter geht's. Gerüchten zufolge hat ja Willi Landgraf unsere Schimpftirade aus dem ersten Spiel der Mannschaft vorgespielt und sie so bei der Ehre gepackt. Hat scheinbar geholfen. Ja, ist schon komisch, wenn man die auf Dritte der Schalker in den letzten beiden Spielen mit dem aus dem ersten vergleicht. Wie ausgewechselt. Hört noch. Die Busfahrt in den Knochen. Können wir uns vorstellen, dass die Schalker erst heute angereist sind. Ein bisschen Akklimatisierungszeit. Genau. In Ostwestfalen hier. Aus dem Ruhrpott. Diese Ballverluste, die können tödlich werden. Kortum ist zur Stelle. Das sollten sie sich nicht häufiger erlauben. Diese schlampfigen Ballverluste da. In der Vorwärtsbewegung. Die werden denn im Normalfall gegen solche Gegner eben bestraft. Guter Zugriff wieder. So, jetzt mal einen Umstandmoment schaffen. Aber Schalke lässt da auch nicht viel zu. Selber starkes Gegenpressing. Und derimmer, dann machen wir beide. Vielen Dank. Drei Minuten noch auf der Uhr. 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 Drei Minuten noch auf der Uhr.